Musik Die stehen ganz schön weit rechts, kann man fahren? Ja, läuft gleich mal rüber, Rotton. Die stehen ganz schön weit rechts, Rotton, 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 Rotton. Applaus 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 Der Mann ist der Mann, der Mann, der Mann, der Mann! Ich glaube, er versucht oben links. War super, ihr müsst das spielerisch lösen. Ruf! Schade! Die haben immer gesagt, da ist gerade Schichtwechsel bei VB. Spätschicht, Lachschicht. Da können die da nicht hin und die nicht hin und so. Aber jetzt könnten sie ja die Kurzarbeitung hinschicken. Aus Emden. Über 8000 mehr. Genau, statt Kurzarbeit, ihr müsst ins Stadion. Wahrscheinlich würden sie die Kurzarbeit machen. Zieh mal durch, zieh mal durch. Ja, ist okay, aber gut. War das 580 oder 494? Was hast du denn da in der Hand? Die Gegend gerade wird boykottiert. Ja, Fußball! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Nähe, Mann! Ja, Mann! Na ja, Mann! moment! Er ist jetzt auch nicht so der Stirner-Typ. Eieieiei! 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 Manuel Neuer, Alter! Schön! Komm! Niedel schießt immer abseits, Digga! Falsch! Schieb! Ein bisschen Blinderat! Ich dachte schon, er sentzt direkt ab. Und jetzt? Das ist scheiße! Zmerika! Ja! Ausgleich mit Zmerika, ne? Unser Spieler, ne? Aber er hat es so gemacht. Hast du das gesehen? So wie Profis das machen, ne? Man darf nicht hingehen. Sieht sich. Sieht sich. Sieht sich. Sieht sich. Sieht sich. Sieht sich. Wir haben zwei Spieler, ne ja drei Spieler. Drei, ne vier Spieler. Vier Spieler. Vier Spieler. Das war bestimmt ein anderer, der ich schon gerne habe. Das war bestimmt ein anderer, der ich schon gerne habe. Nimm ihn doch an! Nimm ihn doch an! Oh! Zieh ab! Mit links! Das sah von hier aus nur gefährlich aus. Offiziell die Zeit abgenommen? Ja. Hat er was angezeigt? Zehn Minuten nachspielzeit. Der Weh, der Kuller, der wird scheiße bleiben. Schön! In einem Monat noch geht es. Und da kommt der Kugel hier. Und da kommt der Kugel hier. Wir haben alle die Füße an unseren Gästen. Eine angenehme Einwanderung von der Mannschaft. Und das ist der erste Tag. Und das ist der erste Tag. Und das ist der erste Tag. Pack die Fahne ein, bevor die nass ist. Ja, dann muss ich wieder einen Tag kloppen in die Scheiße. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, 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 ja!